Hallo meine Lieben, ja wir melden uns mal wieder aus unserer Küche heute am Samstagabend, kurz vor 22 Uhr. Der Micha hat ja heute ein Video für Vimeo aufgenommen und zwar ging es darum, ja unseren zweiten Versuch sozusagen, den wir damals gestartet haben, aus seiner Sicht zu schildern. Das war also diese Zeit, in der ich 1998 zurück zu ihm bin, nachdem ich 1996 ja zum ersten Mal weg von ihm bin, habe ich mich dann 1998 dazu entschlossen, zu ihm nach Malta zu ziehen, denn er hat damals auf Malta gelebt und Micha erzählt in dem Video, ja zum einen, wie schwer es ihm anfangs auch gefallen ist, mir tatsächlich das Vertrauen wieder zu schenken, mich wieder in sein Herz zu lassen. Was er dann aber getan hat und ja, ich habe diese Chance zum zweiten Mal nicht genutzt. Wenn ihr meine Videos kennt über diesen Prozess, dann wisst ihr Bescheid, ja die meisten von euch haben mittlerweile ohnehin mitbekommen, dass daraufhin, nachdem ich ihn dann zum zweiten Mal verlassen hatte, eine 20-jährige Trennung folgte. Und dieses Video hat bei Micha natürlich jetzt nochmal sehr viele Erinnerungen aus der damaligen Zeit an die Oberfläche geholt und wir unterhalten uns da gerade drüber und wir haben jetzt spontan gedacht, wir schalten einfach die Kamera ein und lassen sie mal mitlaufen, weil das, glaube ich, für euch interessant sein könnte, zumal wir uns gerade darüber unterhalten haben, wie schwer es tatsächlich für jemanden ist, der Angst vor der Liebe an sich hat, ja sich zu öffnen. Und das ist ja zentrales Thema für die meisten von euch. Und wir haben jetzt auch gerade gestern ein Telefonat mit einer ganz lieben Klientin geführt, da ging es genau um dieses Thema auch, dass der Seelenpartner einfach so viel Angst hat, vor diesem Gefühl wirklich sich fallen zu lassen, ja, und bedingungslose Liebe zu erfahren, dass er immer wieder in den Rückzug geht. Und deswegen haben wir gedacht, wir, ja, lassen euch jetzt mal teilhaben hier an unserem Küchentischgespräch des Samstagabends. Ja, also auch Hallo von meiner Seite und ja, nach dem Video heute, ja, sind nochmal diese ganzen Emotionen, diese ganzen Gefühle von damals hochgekommen in mir und es war nicht einfach. Es war wirklich nicht einfach, darüber zu berichten, darüber zu erzählen, weil einfach auch, ja, diese Schmerzen nochmal hochkamen, was damals in mir vorging. Und ich habe das versucht, so gut wie möglich in dem Video zu erklären. Ja, und wir haben nach dem Video, bin ich dann auch zu Uli und habe ihr das auch mitgeteilt, dass das für mich schon sehr emotional war. Ja, vor allem, ich musste mir das Video dann erstmal anschauen. Und für mich war das natürlich absolut emotional, weil, ich meine, die meisten von euch wissen ja, wie sehr ich über all die Jahre bereut habe, was ich damals getan habe, dass ich diesen Moment, den ich ja in dem einen Video sehr deutlich beschreibe, den auch der Micha jetzt in dem Video beschreibt, das war so mit einer der schlimmsten Momente, die wir zusammen erlebt haben, dieser Moment in Malta am Hafen, als ich dann von ihm wegging und wir da standen und im Prinzip wussten, beide wussten, wir haben damals uns umarmt, wir haben uns geküsst und wir haben geweint und haben beide gewusst, das ist falsch. der Micha ohnehin, weil er wollte ja nicht, dass ich gehe und ich habe eigentlich gewusst, wenn ich jetzt gehe, wohin auch immer, ich lasse mein Herz bei ihm. Und genau so war es dann. Für mich war es halt einfach, ich hätte erwartet, dass sie nicht geht, dass sie einfach da bleibt und sagt, okay, was auch immer passiert ist oder sich erklärt hätte, was sie ja nicht getan hat, nachdem sie in Deutschland war und nochmal diesen Abend in dieser Disco mit dem Mann verbracht hat. Wegen dem ich mich ja auch schon zum ersten Mal getrennt hatte. Also letztendlich, auch wer jetzt die Geschichte nicht kennt, es war so, dass ich mich als Vertrauen natürlich absolut missbraucht hatte. Ja, ich habe ihm damals gesagt, er kann sich auf mich verlassen, diese zweite Chance, ja, die werde ich nutzen und ich habe es nicht getan. Und ich muss euch ehrlich sagen, als ich das Video heute angehört habe von Micha, habe ich mir gedacht, wenn ihr als meine Follower, ja, das Video jetzt hört, da werdet ihr bestimmt denken, mein Gott, was war die Uli mal für ein Mensch und ich kann euch das auch überhaupt nicht verübeln, weil ich denke es ja selbst von mir. Die Transformation, die ich in den letzten, ich möchte jetzt sagen, ja gut, es sind 20 Jahre, die zurückliegen, aber meine eigentliche Transformation läuft seit etwa 5, 6 Jahren, wo ich wirklich sage, da hat sich in meinem Leben alles verändert, da bin ich zu einem anderen Menschen geworden, ja, da muss ich wirklich, also da habe ich heute oft schlucken müssen, ja, wo ich das Video ankürt habe, da habe ich mir gedacht, oh Mann, oh Mann, ja, was werden meine Follower heute für einen Eindruck von mir bekommen. Ja, aber wir hatten gestern, gestern Abend, hatten wir dann noch, noch spät am Abend ein Gespräch, was für mich momentan, oder wie es für mich jetzt momentan ist, ist diese Zeit von den 20 Jahren, das ist so wie so ein Schleier, der momentan, oder so ein Nebel, der diese 20 Jahre komischerweise verschleiert und jetzt, wo wir wieder zusammen sind, das auch zum Teil vergessen lässt. Ja, das ist also etwas ganz Erstaunliches, was hier passiert. Ja, und da sind wir eigentlich beide so erstaunt darüber, dass es plötzlich passiert. Genau, das wollten wir eigentlich euch auch berichten oder daran teilhaben zu lassen. Ja, ich glaube auch, dass das so ein spezielles Merkmal dieser Seelenverbindung ist. Wir hatten damals letztendlich was sehr, sehr Großartiges, ja, aber ich war damals nicht so weit, diese Liebe anzunehmen, habe ich also mehrmals darüber berichtet. Ja, auch aufgrund von meiner damaligen Krankheit, von der Essstörung, ja, mehrere Gründe. Aber ich habe ja dann diese ganzen 20 Jahre über letztendlich in meine Kraft finden müssen, ja, diese Seelenpartnerprozesse, so wie ich es ja in vielen Videos immer wieder sage, bringen uns ja Aufgaben mit, ja. Der Micha hat eine Aufgabe in mein Leben gebracht und ich natürlich auch in Michas Leben. Nur, was wir beide niemals für möglich gehalten hätten, und das macht uns heute mehr oder weniger sprachlos, ja, das Gespräch hatten wir gestern, dass wir jetzt komplett in diese Energie von vor 20, 25 Jahren zurück katapultiert werden. Gut, aber ich möchte auch eins noch anmerken, man darf natürlich auch die Menschen jetzt, die uns natürlich in den 20 Jahren oder bei uns waren in den 20 Jahren, wollen wir natürlich nicht jetzt in den Hintergrund stellen. Ne, das waren ja alles wichtige Erfahrungen. Genau, das waren wichtige Erfahrungen und es waren natürlich auch von deren Seite liebe Menschen für uns, ja. Oder Menschen, die ja für uns wichtig waren. Auch die Menschen, mit denen es Probleme gab oder mit denen wir bestimmte Aufgaben zu lösen hatten, kamen jetzt auch nicht ohne Grund in unser Leben. Genau. Aber das Erstaunliche ist, dass diese Zeit jetzt wie verschwindet, die war da und es war alles richtig und wichtig, was da passiert ist. Ja, es rückt plötzlich in den Hintergrund. Genau, es verblasst und diese Energie, die wir vor 25 Jahren gefühlt haben, die ist jetzt genauso wieder da. Und auch, das muss ich ehrlich zugeben, ja, ist für mich eigentlich unvorstellbar gewesen, denn ich habe den Micha in den letzten 20 Jahren ja als komplett anderen Menschen erlebt, weil er eben damals, als ich wieder von ihm weg bin, nach diesem Malta-Aufenthalt einfach sein Herz verschlossen hat, ja. Das beschreibt er heute auch ein bisschen in dem Vimeo-Video und er wird sich im nächsten Teil dann darauf eingehen, weil der nächste Teil würde davon handeln, wie er dann nach China ist und da hatten wir dann auch zum Teil jahrelang überhaupt keinen Kontakt. Also das längste waren sieben Jahre, da haben wir weder miteinander geschrieben, noch haben wir uns jemals getroffen, noch hatten wir irgendeinen Kontakt. Sieben Jahre, das ist eine lange Zeit, ja. Aber trotzdem, nach den sieben Jahren, wo wir uns dann mal wieder getroffen haben, war es ja doch irgendwo so, als wenn... Ja, jetzt haben wir uns gestern das letzte Mal gesehen. Genau, wenn wir beide gestern erst auseinander wären, so wie, na gut, ich fahre jetzt mal in meine Wohnung und ich komme halt morgen zum Anführungszeichen Frühstück wieder. Ja, ja, das ist eben das Erstaunliche und das kennt ihr ja, wer sich jetzt in so einem Prozess befindet, wer jetzt auf so einen Seelengefährten getroffen ist, der weiß ja, von was wir sprechen. Das ist ein, da braucht man nicht, was weiß ich, paar Stunden, um sich wieder anzunähern, auch nur nach sieben Jahren. Ich habe ihn gesehen, nach sieben Jahren zum ersten Mal wieder, ich weiß noch, er ist hier am Parkplatz aus dem Auto ausgestiegen und es war sofort einfach diese Vertrautheit da und dieses Gefühl für ihn. Aber dass wir jetzt wieder in dieses Gefühl von vor 25 Jahren kommen, also dass auch diese ganze Verliebtheit und sich so aufeinander zu freuen und dass das alles zurückkommt, das ist schon krass. Ja, und wisst ihr, was auch in den 20 Jahren bei mir passiert ist? Ich habe dieses ganze Schöne, was wir hatten, komplett verdrängt. Also ich habe ja versucht, dieses nie wieder in mir hochkommen zu lassen, sondern immer so unterdrückt. Und jetzt heute, wo ich auch dieses Video gemacht habe, kamen plötzlich so dieses Flashback, diese Erinnerungen hoch, was wir ja beide auch in Malta erlebt haben, was wir beide überhaupt... Ja, 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 wie schön es war, wie auch die, die, wir hatten ja auch in Malta diese Tischgespräche. Ja. Das war ja eines unserer, unserer zentralen Mittelpumpe. Genau, auch in der Küche. Und da haben wir stundenlang gesprochen und hatten immer, ja, wir waren nie ohne Thema. Wir haben, wir haben immer, immer reden miteinander, also wir konnten immer miteinander reden, wir konnten immer uns, uns, ja, wir konnten uns, uns austauschen, egal was es war. Es ist jetzt genau das Gleiche. Und was für euch vielleicht auch interessant ist, ne, der Michael hat ja gerade gesagt, er hat diese ganzen schönen Erinnerungen verdrängt. Und genau das braucht aber der typische, ich sage mal in Anführungszeichen, Gefühlsklärer, ja, um eben die Kontrolle über seine Gefühle zu behalten. Das heißt, in diesen 20 Jahren, wo der Micha sich absolut gegen jegliches Gefühl für mich gewehrt hat, ja, weil er das einfach nicht mehr zulassen wollte, aus der Angst heraus wieder verletzt zu werden, hat er ja auch diese schönen Erinnerungen verdrängt. Und das ist was ganz Wichtiges für euch auch, ja, wenn ihr euch immer fragt, warum ist es denn so, dass mein Seelenpartner oder auch wenn es eine Frau ist, meine Seelenpartnerin... Ja, weil es schmerzvoll ist. Ja, genau, sich nicht öffnen kann, mir nicht entgegenkommt. Oder ich habe zum Beispiel jetzt, wir reden ja auch viel darüber, ich habe mich ja gefragt, wir hatten in diesen 20 Jahren immer mal Kontakt, dann hat man wieder keinen Kontakt. Wenn der eine nicht mehr geschrieben hat, hat sich dann immer der andere wieder gemeldet, ja, um den Kontakt dann doch irgendwie nicht ganz abreißen zu lassen. Aber wenn ich mich jetzt auch heute frage, warum hast du mir manchmal, wenn ich dir eine Nachricht geschrieben habe, gar nicht geantwortet? Warum? Warum hast du mir gar nicht geantwortet? Ja, weil einfach, es war für mich, ja, ich wollte diese Nähe, dieses, dass ich da bin, wenn du mir schreibst, wollte ich nicht mehr zulassen. Ich habe auch mich selbst da irgendwo in einer Weise blockiert, nicht gleich zu antworten, vielleicht auch dieses innerliche, naja, ich bin für sie nicht erreichbar, ich bin für sie plötzlich nicht mehr da. Aber das war dann auch ein bisschen aus dem Ego heraus. Ja, natürlich, natürlich, das Ego spielt da eine wahnsinnig große Rolle. Aber das war nie, dass ich das nicht wollte. Und da geht es ja genau um das Ego. Und oftmals war es auch so, dass ich ihr nicht zeigen wollte, dass ich Anteil nehme, dass ich, dass ich, ja, dass ich, dass ich mitfühle. Oder, oder, es ist ganz, ganz schwer zu beschreiben, weil es einfach aus dem Ego heraus, nicht aus den Gefühlen, es kommt aus dem Ego einfach heraus, dass man da einfach sagt, wenn es nach den Gefühlen ginge oder gehen würde, würde ich natürlich, oder hätte ich sofort geantwortet. Aber das Ego war genau in dem Fall größer, ihr zu zeigen, du pass auf, du hast mir so oft wehgetan, du wartest jetzt. Und ich schreibe dir, wenn ich das möchte. Ja, genau, das ist Ego. Also einfach, du wartest jetzt. Ja, ja. Was für euch vielleicht auch wichtig ist, weil es ist ja jetzt nicht jeder in der Konstellation, dass der Wunschpartner oder die Wunschpartnerin schon mal so enttäuscht wurde von euch. Das ist ja bei uns ein bisschen eine Sonderkonstellation, sage ich mal. Aber aus dem Gespräch mit der lieben Klientin, das wir gestern geführt haben, da hatte ich, während wir telefoniert haben, so einen Impuls, ja. Und da habe ich auch mitgeteilt. Und es war so stimmig, deswegen möchte ich euch das gern weitergeben. Gerade bei Männern, ja, ist es ja so, dass sich viele Männer unglaublich schwer tun, ihre weibliche Seite zu leben. Wir haben ja alle unsere männlichen und weiblichen Aspekte in uns. Und, ähm, also Schatz, du hast mir auch oft gesagt, dass es bei mir das einzige Mal war, wo du wirklich das Gefühl hattest, du konntest so sein, wie du bist. Ja, da möchte ich kurz was dazu sagen. Die Uli war, war die erste Frau, bei der ich zum Beispiel auch weinen konnte. Eigentlich auch die einzige. Ja, die erste und die einzige. Ich konnte nie, oder ich, ich konnte nie dieses, dieses, diese, für mich war das immer diese Schwäche, wenn man, wenn man bei einer Frau weint, äh, dann ist, da ist man nicht Mann. Dann ist, dann, dann hat man nicht dieses Männliche. Und, äh, das war bei ihr ganz anders. Also, ich konnte zum, ich konnte immer bei ihr weinen, ich konnte bei ihr wirklich meine Gefühle herauslassen, was ich vorher, also vor ihr oder nach ihr, niemals bei einer anderen Frau konnte oder auch wollte. Weil einfach dieses, dieses Männliche, dieses, ey, du bist ein Mann, du musst stark sein, du musst, du musst, äh, du darfst keine Schwäche zeigen. Genau. Das war bei mir immer, wirklich, also absolut prägnant, dieses, dieses Männliche. Genau, und das ist ja bei ganz vielen Männern so, ja. Das heißt, wenn jetzt ein Mann, der von seiner ganzen Erziehung, und das ist halt in, ich sag mal, unserer Generation, oder, äh, ja, auch vielleicht bei noch etwas Jüngeren, jetzt ändert sich's langsam, ne. Ja, also ich erziehe meinen Sohn auch so, dass ich zu dem sag, das ist nicht unmännlich, wenn du weinst, wenn, ja. Das weiß der auch, und der, der weint auch, wenn, wenn es ihm danach ist. Aber, wenn, wenn jetzt, äh, vielleicht in dem Alter zwischen, sagen wir, 30 und 60, ja, das ist jetzt unsere Hauptklientel, die Männer sind noch so erzogen, oftmals, ja, wie es der Micha gerade beschrieben hat, Männlichkeit bedeutet stark sein. Weinen ist Weichei. Sich fallen lassen ist Weichei. Den Kopf auf den Schoß von einer Frau legen ist Weichei. Den Kopf an die Schulter von einer Frau legen ist Weichei. So, wenn jetzt aber so ein Mann auf eine Frau trifft, die genau das in ihm, ja, ich möchte fast sagen, herauskitzelt, ja, also sozusagen, er auslöst, das ist, was du kannst. Auslöst. Er hat es meint ja damit, auslöst, dass du es kannst. Dann ist es ja so, der Micha hat sich ja, du hast dich, schau mal, du hast dich von Anfang an, wie wir uns kennengelernt haben, vollkommen drauf eingelassen. Du hast dich vollkommen fallen lassen. Ja, absolut. Und wisst ihr, bei mir war es auch so, wo ich, wo ich jung war, ich habe dann Sport betrieben, dieses Männliche, zum Beispiel Kickboxen, wo, wo man wirklich diesen, diesen, dieses Männliche zeigt und du bist unverwundbar, und, 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 und. Und dann plötzlich tritt eine Frau in dein Leben, wo alles in den Hintergrund stellt. Ja, wo du auch weich wirst. Du spürst eine weiche Seite. Genau, wo du einfach, du selbst mal sein kannst, wo du wirklich der, der Micha, also dieser Mann sein kann, wo auch mal eine, 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 die starke Schulter der Frau braucht, wo man einfach sich fallen lassen kann. Genau. Und, und das, wie gesagt, das war vor, vor der Uli nie so, das war auch nach der Uli nie so. Ich habe immer den starken Typen, den starken Mann, äh, ja, gespielt, herausgelassen. Aber wenn man dann jemanden findet, wo man das wirklich tun kann, wo man, wo man so sein kann, wie man ist, das, ich meine, das ist, das ist ein Geschenk Gottes. Das ist ein Geschenk Gottes, da hast du vollkommen recht. Aber, siehst du ja, nachdem das dann so war, dass ich dich verlassen hatte, zweimal, hast du letztendlich dicht gemacht. Und das möchte ich damit euch sagen, wenn ihr... Ja, da war ich wieder, wieder in meinem Ego, in meinem, in meinem... Genau. Du bist der Mann, du darfst, du darfst keine Schwäche zeigen, du musst jetzt der Stahl gesandt. Natürlich. Und wenn ihr jetzt auf einen Menschen getroffen seid, ja, der euch diese Rückzüge immer wieder zeigt, der immer wieder hier, äh, sich, sobald ihr euch wirklich nahe kommt, ja, nicht körperlich, sondern auf Seelenebene nahe kommt, sich wieder zurückzieht, dann dürft ihr davon ausgehen, dass dieser Mann entweder in diesem Leben, vielleicht in seiner Kindheit, vielleicht in einer früheren Beziehung oder auch, und das ist ganz wichtig, aus einer früheren Inkarnation, diese Wunde, die der Michael jetzt hier so unglaublich authentisch beschreibt, erfahren hat, ja, das heißt, er hat sich einmal in seinem Leben oder eben in einem früheren, einer Frau, einer weiblichen Kraft, hingegeben, indem er zugelassen hat, seine weibliche Seite zu leben, die in einem Mann letztendlich unterdrückt wird durch die Erziehung, dann ist es für diesen Mann, bedeutet es eine Gefahr oder eine Bedrohung, ja, wenn er spürt, dass er bei einer Frau wieder in dem Sinn, in Anführungszeichen, weich werden könnte, weil er natürlich weiß, dadurch wird er komplett verletzlich. Und deswegen hat sich der Michael ja dann nach dieser Geschichte mit Malta, und du hast dir ja dann hauptsächlich Frauen gesucht, wo du genau gewusst hast, da ist das nicht so, du wolltest das ja auch gar nicht so zulassen. Natürlich nicht. Ich habe dann, ich habe mir Frauen gesucht, wo ich wusste, wenn heute, wenn morgen ich die verlasse oder die mich verlassen, dann tut es mir nicht weh, dann ist es für mich okay. Also das war für mich so, ich bin ja bewusst auf diese Frauen auch zugegangen, wo ich wusste, ich könnte niemals mehr ein Leid erfahren. Was heißt bewusst? Ich meine, es gab auch nie, nie mehr eine Frau, die mich so berührt hat, die mich so, wie jetzt dieses erste Mal, wo ich zum Beispiel die Uli kennengelernt habe, das habe ich euch ja erzählt, dieses Ereignis, wo ich sie das erste Mal gesehen habe, das gab es ja nie mehr in meinem Leben. Aber für mich war immer, für mich war es einfach so, Frauen, die ich dann, oder mit denen ich war, die konnten mir nie, nie wehtun. Also ich habe auch nie dieses Gefühl mehr verspürt, was ich für sie empfand. Also da bin ich wirklich ganz ehrlich, ich habe auch nie mehr so diese Liebe, diese Tiefe von der Liebe, von den Gefühlen, von dem, was wir hatten, je in meinem Leben gespürt. Und glaubt mir, ich habe viele Menschen, viele, also nicht nur Frauen, Männer, wie auch immer kennengelernt, auch durch Freunde, durch Geschäftspartner oder wie auch immer, aber dieses Gefühl für eine Frau, die du einmal in deinem Leben plötzlich, wie kann ich das ausdrücken, es ist ganz schwer, die dich so fesselt, die dir das Gefühl gibt, dass das einzigartig ist, gab es auch nie mehr, gab es nie mehr in meinem ganzen Leben. Und man ist natürlich mit Partnerinnen zusammen, aber es ist auf einer ganz anderen Ebene. Und dieser erste Moment, den ich empfand, wo ich sie kennengelernt habe, Erzähl mal, dass du mich erst mal nur von hinten gesehen hast. Das fand ich immer so witzig. Das war ja im ersten Video, habe ich es ja erzählt. Ach so. Es war ja so, ich habe damals, ich habe hier den Gym gewechselt, weil da war ein neuer Trainer, auch für den Sport, den ich damals gemacht habe, das Kickboxen. Und ich kam in das Fitnessstudio, ich war dann da an der Anmeldung und bin dann gleich zu dem Kurs gegangen. Aber auf dem Weg war dann so dieser Aerobic-Raum. Ja, ich war Aerobic-Trainerin. Was war das so wahr in den 90er Jahren? Und da war eine Tür, da war so vielleicht 30 auf 50 Zentimeter, da war so ein kleines Fenster, Guckeloch. Und ich habe da durchgeguckt und dann habe ich die Trainerin gesehen. Roter Buggy und schwarze Leggings. Ich weiß also genau, müsst ihr euch richtig vorstellen, wie hat Jane von der in den 90ern. Von Schuhe und Leggings bis zum Knies. Von hinten, ja, verschwitzte Haare, wirklich komplett verschwitzte Haare, von hinten. Und damals hatte Uli lange Haare locken. Ja. Ja. Und ich habe da durchgeguckt und dann plötzlich war es, als wenn mir von hinten jemand Messer in meinen Rücken sticht. Aber das ist dieses Erkennen der Seele. Und ich habe mir gedacht, jetzt mal wirklich auf, auf, äh... Sag jetzt nichts Falsches. Nein, nein, auf, auf, äh... Gut bayerisch. Nein, nicht gut bayerisch, auf Englisch. What the fuck? Ach so, auf Englisch. What the fuck? Also, was plötzlich passiert mit dir? Also, das war wirklich, das war für mich am Moment, den ich niemals in meinem Leben vorher hatte, dieses, 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 ja, dieses Gefühl zu jemandem, den du weder von vorne gesehen hast, den du weder kennst, noch sonst irgendwas. Du siehst eine Person und es ist plötzlich, boah, wow, was geht plötzlich, was, oder was, was ist plötzlich mit dir los? Was, 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 was macht oder was, äh, 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 löst diese Person in dir aus? Und ich bin dann natürlich auch, äh, ins, ins Training, äh, gegangen, es war eine Stunde. Und, äh... Und da habe ich übrigens, ich ihn dann gesehen. Ja, aber in meinem Training, habe ich die ganze Zeit an diesen roten Body, diese schwarze Leggings, an diese verschwitzte Lockenhaare gedacht und habe mir gedacht, ey, Junge, was ist mit dir los, was, 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 äh, 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 was, was, was geht in dir vor, wie, wie kann sowas plötzlich passieren? Und das hat mich wirklich, das hat mich komplett aus, aus, äh, aus der Rolle geworfen, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ja, viele von euch kennen das ja, ne, wenn ihr jetzt tatsächlich in einer Seelenpartnerschaft steckt, wenn ihr den Menschen zum ersten Mal seht, das ist wirklich so ein Moment, da erkennen sich die Seelen einfach, ne, das ist so dieses, was der Micha auch beschreibt, mit dem Messer im Rücken, andere, ähm, sehen es durch einen Blick in die Augen, ja, wenn, wenn die Augen leuchten oder man, man spürt plötzlich das Herz, äh, tut weh, ja, und das ist einfach dieses Erkennen der Seelen. Ja, aber bei, bei uns war es ja so, ich habe sie ja nie von vorne gesehen zu dem Moment, oder zu dem Zeitpunkt. Äh, ich muss natürlich euch eins bestehen, glücklicherweise war sie auch noch hübsch dazu. Stell dir vor, du hättest mich nur von hinten gesehen und ich drehe mich um und du hättest gesagt, oh no. Ja, aber ich weiß nicht, ich glaube, es hätte in dem Moment nichts geändert. Nee, aber das wisst ihr auch, ne? Es hätte nichts geändert. Das Äußerliche macht überhaupt nichts, keine Speckerrolle. Nein, nein, überhaupt nicht. Und ich habe immer zu Uli gesagt, ich habe es gesagt, du, pass auf, du hättest von mir aus auch ein Bein haben können oder sonst irgendwas. Weil dieses Gefühl, was ich damals erlebt habe, das spielt Aussehen, das spielt körperlich nichts, aber auch keine Rolle, gar nichts. Aber jeder von euch auch, der in so einer Verbindung steckt, weiß das ja. Ne? Also das ist einfach so. Und, ähm, ja, letztendlich hat uns das heute, dieses Malta-Video, wieder in diese Zeit zurückkatapultiert. Ja, speziell mich. Genau, speziell ihn natürlich und mich auch, weil ich wäre natürlich auch wieder mit diesem, ähm, ja, mit diesem Bereuen, ja, dass ich über all diese Jahre diese Entscheidung so sehr bereut habe, damals zum zweiten Mal gegangen zu sein, konfrontiert. Aber was halt bei uns... Wärst du damals bloß nie auf diese Fähre. Ja, wäre ich nicht auf die Fähre. Genau. Ich weiß, das war... Ich habe es mir an dem Abend, wo wir an der Fähre gestanden waren, gewünschen. Ja, ich weiß. Dass du niemals da drauf wirst. Ja, aber ich habe es eben in meinem Video erzählt. Und, ähm, wer das Video gesehen hat auf Vimeo, der hat, ähm, viele haben sogar mir geschrieben, dass sie weinen mussten, ja, weil es einfach so ein trauriger Moment war, weil ich ja eigentlich gewusst habe, ich gehe jetzt zwar, aber das Herz bleibt bei ihm. Und da ist es bis jetzt geblieben und da wird es auch nie mehr weggehen. Und dass Gott uns die Chance gegeben hat, jetzt wieder zueinander zu finden, ist einfach unser größtes Geschenk. Aber ich sage euch eins, der Moment, nachdem sie auf der Fähre war und weg war, das hat in mir dieses absolute, oder diese absolute Veränderung bewirkt. Genau, da ist die Mauer entstanden, ne, die er 20 Jahre lang aufrechterhalten hat. Und davon, meine Lieben, berichten wir euch im nächsten Video. Das werde ich. Wir wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen Abend. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr weiter teilhaben wollt an unserer Küchentischplauderei. Und ich sage Tschüss, bis bald, eure Uli. Ich sage auch Tschüss, euer Micha und bis bald. Bis dann.